Hallo und Willkommen bei Ad Astra zur astrologischen Wochenübersicht. Es geht um die Woche 4. August bis 11. August. Ich gebe am Anfang mal einen kurzen Überblick, was am Himmel so alles nacheinander stattfindet und dann versuchen wir diese verschiedenen Ereignisse zu einem größeren Ganzen zusammenzufassen und dann werden wir sehen, dass es wie zwei größere Abschnitte gibt. Den ersten Wochenteil ungefähr bis Mittwoch und dann Donnerstag bis zum Sonntag 11. August wird sich die Energie doch deutlich verändern. Die erste Wochenhälfte wird eher Jupiter geprägt sein und die zweite eher Richtung Saturn und dennoch alles noch bei einer Löwesonne, die Abenteuer, Freizeit, Party, Unternehmungsgeist etc. sucht. Ja, der Start 4. August ist gleich mal mit Neumond in Löwe. Den habe ich zum Ende meines letzten Wochenhoroskops besprochen. Könnt ihr da nochmal nachhören. Also ein Neumond ist ja sowieso ein Startimpuls. Das heißt, die Woche beginnt mit einem deutlichen Bedürfnis, Dinge neu zu formen, neu zu gestalten, aus der Dunkelheit des Neumonds heraus in sich hinein zu spüren, wo man mehr Herzenskraft, mehr Lebensfreude entwickeln könnte, was eben zum Zeichen Löwe gehört. Als nächstes geht es gleich deutlich weiter am Montag, den 5. August. Die Venus, bisher auch in Löwe gewesen, wechselt nach Jungfrau. Und Merkur, der schon in Jungfrau ist, wird rückläufig in Jungfrau. Er ist die ganze Woche so etwa von 4 bis 2 Grad Jungfrau stationär. Das heißt, er bewegt sich kaum, bleibt meistens auf 3 Grad Jungfrau fast stehen. Das heißt, wenn ihr Planeten am Anfang eines Sternzeichens habt, dann wird der rückläufige Merkur in Jungfrau hier Klärungsaktionen einleiten wollen, wird er euch helfen, diese Planetenenergie besser zu verstehen. Also, wir haben Venus und Merkur beide in Jungfrau, so dass diese Woche einerseits zwar vom Feuer und der Kraft und der Motivationsenergie des Löwen erfüllt ist, Sonne in Löwe, aber gleichzeitig eben auch die eher kritischere, analytischere, kopfbetontere Seite des Zeichens Jungfrau ebenfalls sehr wichtig ist. Und zwar Sternzeichen, die aufeinander folgen, wie Löwe und Jungfrau, die vertragen sich nicht immer so besonders gut. Also es gilt hier so ein bisschen einen Balanceakt zwischen zwei verschiedenen Stühlen zu machen, der Löwestuhl und der Jungfrau-Stuhl, doch recht verschiedene Energien. Und ja, das kann vielleicht manchmal so ein bisschen hin und her schwanken, zwischen Herzbetonung und Kopfbetonung. Besonders deutlich wird das Ganze dann am Donnerstag, 8. August, da treffen sich nämlich dann Venus in Jungfrau und der rückläufige Merkur in Jungfrau, bilden eine Konjunktion, sodass an diesem Tag eben ein besonderer Klärungstag ist. Vielleicht werden auch Dinge geprüft, werden Dinge besonders genau und kritisch betrachtet, insbesondere in Richtung unserer Beziehungen. Diese Jungfraubetonung wird uns dann auch in der kommenden Woche noch bleiben bis 15. August. Dann wechselt der rückläufige Merkur wieder zurück ins Zeichen Löwe. Das heißt, in der letzten Löwe-Phase bis 22. August, bis die Sonne dann auch nach Jungfrau wechselt, haben wir dann nochmal mehr Löwe-Kraft. Also das betrifft dann aber die kommende Woche ab 15. August, dass die reisefreudige, spaßfreudige Löwe-Kraft wieder mehr gestärkt wird und die etwas prüfende, klärende, bereinigende Jungfrau-Energie dann wieder etwas abnimmt. Ab 9. August haben wir allmählich spürbar die Annäherung zwischen Mars und Jupiter in Zwilling. Also ein sich annähernder Aspekt, den nennt man Applikativ. Der ist dann am Sonntag 11. August bis auf 2 Grad bereits angenähert und wird exakt am 14. August. Aber wir werden ab Mitte der Woche diese Mars-Jupiter-Energie in Zwillinge besonders deutlich spüren. Und das ist ein hoher Lern- und Redebedarf, ein Tatendrang bezüglich unseres Intellekts, unserer Bildung und Fortbildung. Was finden wir noch? Am 7. und 8. August, also am Mittwoch Donnerstag, in der Mitte der Woche, steht Lilith in Waage gegenüber vom Mondknoten in Wider. Hier haben wir also die Ich-Du-Achse betont, was bekommt eben mehr Aufmerksamkeit. Lilith in Waage sucht Ausgleich und Gerechtigkeit, Emanzipation in Beziehungen. Das wird besonders am Donnerstag, den 8. August, durch den Mond in Waage, der in Konjunktion zur Lilith tritt, stark betont. Also hier haben wir eindeutige Zeigefinger auf Beziehungsgeschehen, wo hier Ausgleichsprozesse, Klärungsprozesse, Sichtungsprozesse stattfinden sollten, unterstützt eben durch die Jungfrauenergie und auch unterstützt durch die eben genannte Zwillingskraft, wo eben viele fruchtbare Gespräche stattfinden könnten, weil ja Mars und Jupiter durchaus einen Drang nach Sinnfindung produzieren und den kann man hier auch auf der Beziehungsebene gut einbringen. Ja, ich habe am Anfang gesprochen von sozusagen zwei Wochenhälften und die erste Wochenhälfte, Sonntag bis Mittwoch, 7. August, die ist jetzt noch zusätzlich geprägt von einem Sonne-Jupiter-Sextil. Das heißt, die erste Wochenhälfte hat also einen hohen Entwicklungstrang. Da ist eben auch wieder die schon genannte Sinnfindung des Jupiters betont. Und wenn wir das eben in Verbindung mit den genannten Jungfrauenergien von Venus und Merkur in Jungfrau nehmen, dann sehen wir, dass hier die analytische Kraft von Merkur in Jungfrau zusammen mit dieser entwicklungsfreudigen, öffnenden Kraft des Jupiter zusammenkommt. Wir könnten das vergleichen mit einer Psychoanalyse. In so einem Prozess wird viel geredet, da werden viele Dinge auf den Tisch gebracht, aber nicht um des Redens willen, nicht um einfach irgendwie sich verbal abzureagieren, sondern um Strukturen zu erkennen, um herauszufinden, welchen Sinn bestimmte Prozesse auch in der Vergangenheit hatten, der rückläufige Merkur führt uns ja gedanklich diese Woche bereits immer wieder in die Vergangenheit und möchte uns aufzeigen, wo wir jetzt uns Richtung Zukunft entwickeln können, indem wir alte Muster erkennen, verstehen, durchblicken. Also das verbindet sich günstig und wird dann eben, wie schon gesagt, Mittwoch, Donnerstag durch Lilith in Waage in Gegenüberstellung zum Mondknoten vor allen Dingen auf Beziehungsteamen gelenkt. Die zweite Hälfte der Woche, vom Donnerstag bis zum Samstag, wird betont sein oder wird geprägt sein durch die Löwesonne, die nun ins Quinkungs, also in einen Suchaspekt zu Saturn in Fische tritt. Das ist mehr so ein Ja-Aber-Aspekt. Also die Sonne in Löwe möchte gern eben die Freiräume nützen, möchte gerne herzlich und kreativ sich entfalten, vielleicht sich auch sportlich oder durch Reiseenergie einbringen. Und dieser Ja-Aber-Aspekt, der könnte eine gewisse Bremswirkung bringen. Saturn in Fische mahnt hier vielleicht an, dass es gewisse Zweifel bezüglich einiger Vorhaben geben könnte, die man mit der Löwe-Energie jetzt mehr feurig und spontan durchziehen, gerne durchziehen würde. Aber hier könnten Unsicherheiten und Zweifel aufkommen. Eben bezüglich von Vorhaben, von Events, bezüglich Aufführungen, die geplant sind oder eben auch so gewisser abenteuerlicher Pläne, die das Zeichen Löwe eben uns in unser Feld bringen möchte. Oder einfach da, wo wir so locker Spaß haben wollen, da mahnt Saturn einen gewissen Ernst an. Und ja, insofern dürften wir spüren, dass uns vielleicht so ab Donnerstag oder Freitag Menschen begegnen, die uns hier diese Energie des Zweifels, des Nachfragens, des Überprüfens entgegenbringen, so dass wir manche Dinge nicht ganz so leicht, so unkompliziert durchziehen können, wie wir es gerne hätten. Dennoch bringt das natürlich auch immer Chancen mit sich, Dinge verantwortungsvoll anzugehen, nicht zu schnell voranzugehen, sondern eben auch recht genau. Das koppelt sich gut mit den Jungfrauenergien. Also der Vorteil dieser zweiten Wochenhälfte ist, dass wir mit der klaren Verstandesanalyse von Merkur in Jungfrau, stationärer Merkur zeigt uns auch ganz bestimmte Bereiche, wie im Scheinwerferlicht, dass wir da eben diese Kritikfähigkeit nützen können, um tatsächlich Vorhaben oder Prozesse ganz genau und geklärt anzugehen und damit dann durchaus auch erfolgreich zu sein. Also das, was uns der Jupiter in der ersten Wochenhälfte mit Sonne 6D Jupiter verspricht, wird zwar in der zweiten Wochenhälfte überprüft, könnte aber durchaus mit dem Schwung der Löwesonne dann gut weitergehen. Entscheidend ist unsere eigene Kritikfähigkeit. Wenn wir mit Merkur in Jungfrau, rückläufig oder eben auch stationärer Merkur in Jungfrau, fähig sind zur Selbstkritik, wenn wir bereit sind, selbst hinzuschauen, wo wir Dinge noch nicht so ganz optimal gestalten, dann kann diese Woche wirklich sehr, sehr fruchtbar für uns werden. Wenn dem weniger so ist und sozusagen der gewisse Stolz oder die Eitelkeit des Löwezeichens uns irgendwo am Schlawittchen packt, dann ist es etwas schwieriger, hier günstige Gelegenheiten daraus zu formen. Ja, dann werden wir das Ganze vielleicht eher als Verzögerung oder als gewisse Frustration empfinden, dass es nicht ganz so schnell weitergeht. Aber denken wir mal positiv und nützen wir die bereinigenden Energien der Jungfrau, die besonders in der Wochenmitte sehr, sehr stark sind. Also gerade am Donnerstag, den 7. August, ne, den 8. August, Entschuldigung, könnt ihr da vielleicht mal besonders genau wahrnehmen, wo kommt diese mentale Kraft, die mir ganz viel Einsicht und Klarheit bringen möchte, auf mich zu. So wünsche ich euch eine fruchtbare, erfolgreiche und auch lustvolle und spaßvolle Woche in dieser schönen Sommerzeit und Löwezeit. Danke fürs Zuhören. Euer Sternenbegleiter Martin von Ad Astra. precio in der villain ein zu Untertitelung des ZDF, 2020